Ey... Eigentlich hätte ich das Spiel jetzt schon durch. Das Spiel will aber nicht so recht. Ja... Gut, eigentlich wollte ich einen 20-Minuten-Part draus machen. Wird wohl leider nix. Ähm... Halt 25 Minuten. Komm, Leute, das ist doch nicht so schlimm, wenn ich dann mal bitte überziehe. Weil was bringt mir das, wenn ich dann noch einen 5-Minuten-Part mache, wo ich dann... Obwohl das einfach nur ein 5-Minuten-Video ist, das bringt doch eigentlich gar nix. Pff, das war knapp, ey. Die scheiße Pflanze, ey. So, jetzt hab ich... Jetzt seid ihr zufrieden, oder? Jetzt hab ich so wie Portal-Style gemacht. Machen wir Portal-Style, damit Marvin nicht springen muss. Der darf ja nicht so viel abnehmen, ne. Wir mästen ihn ja, damit wir dann später essen können. Die Sprites hat er eigentlich ganz gut hingekriegt, muss ich mal sagen, Maurice. Lob! Eigentlich kann ich das Spiel ja schon das vom Spielprinzip proben. Es ist halt Mario und Portal. Das ist genial. Zwei geniale Spiele in einem. Und das sogar für umsonst, ne? Also, Leute, wer da... Kommt da irgendeine fiese Flamme? Da kam eine fiese Flamme, ey. Das ist so fies. Okay, nächstes Mal springe ich Oldschool Mario rüber. Ich meine, der Typ ist ja dann weg. Und jedes Mal kacke ich bei der Bowser-Flamme ab. So, jetzt ein bisschen Oldschool. Wow, meiner wollte nicht springen. Die Steuerung klappt auch automatisch besser, wenn es flüssig läuft. In Mario 1.4, also Mario 1.4, also die 1.4er Version, ne? Das ist ja schon mal schwierig. Ähm, hatte ich immer nur so um die 50, wenn es gut laben, 60 FPS. Wow. Und hier habe ich konstant, habe ich konstant durch hinweg. Mit Aufnahme 120, ey. Könnte ich gleich mal ein paar Shadows probieren. Wobei ich erst mal das Spiel durchspiele. Also, ich soll erst mal hier nicht davon laufen. Ja, wir haben das Spiel durch. Wow, Alter, ich habe gerade vorne geguckt und laufe einfach weiter. Zum Glück war die Flamme da noch nicht da. Oh, ey, das hat mich ein bisschen aufgeregt hier. Ich gucke einfach weg. Und ja. Okay, du Arschgesicht. Wegen dir hatte ich immer... Das war ganz geil. Okay, dann. Mario, du... Ähm, Maus, du bist schon gemein, wenn du da den ersten Schuss platzierst. Bitte geh mal dort rein, mal. Pausa, bitte, 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 bitte. Oh, oh. Tchum. Haha. Yes. Yes, yes, yes. Thank you, Maurice. Your game is over. We present you a new game. Push B to play as Steve. Was? B. Okay. Ich habe B gedrückt. Ja, das war das, was ich gekriegt habe. Habe ich irgendeinen Steve bekommen? Was? Was? Ich habe überhaupt keine Waffen. Ich kann gar nicht zuschlagen. Achso. Okay, dann bauen wir mal ein bisschen Stein ab. Geil, ey, das ist ja mal Fertil. Warte, da gehe ich jetzt erstmal kurz ins 1-1-Menü hier, ins Level 1-1. Was? Remember you can run with Längsshift? Hat er das doch eingefickt, oder was? Wahrscheinlich ist das hier so Auto-Update hier. Okay, bauen wir ein bisschen ab. Ein bisschen Cobblestone abbauen. Wie kann ich das jetzt setzen? Gebt's mir. Ja. Ich baue mich mal ab hier. Zack. Röhrenteile. Ey, das ist jetzt Fett. Ja, aber wie kann ich das dann setzen? Irgendwas habe ich gerade gemacht. Wie ging das denn noch? Ja, aber tut mir leid. Wie kann ich das jetzt setzen? Das ist jetzt ein bisschen dumm. Sterb. Steve. Ah, rechte Klick. Und ich wusste, okay, dann bauen wir uns mal. So. Geht doch. Okay. Kein Fall-Damage. Okay, dann gehen wir mal. Okay. Der Port war ein bisschen länger. Es rottet. Das habe ich noch freigeschaltet. Ich gucke erst mal auf hier an hier. Ja, okay. Die Meldung kennen wir ja schon. Cheat. Ich glaube, erging nicht. Minecraft. Gel Canon. Portal. Probieren wir mal Gel Canon. So. Komm. Los Ey, achtsch, Geel Cannon heißt die Du musst dir jetzt vorstellen, es wäre braun und Mario Arsch wäre er Anstatt der Geel Cannon Das wäre jetzt eine geniale Idee Also du weißt Maurice, du siehst Oh, hier haben wir noch Ach, das ist Ja, ja, ich kenn die Oh, oh, wieder abgeht hier Alter, ey Ja, ja, das ist alles von Portal 2 bekannt Wer es noch nicht gespielt hat, schämt euch Schämt euch wirklich Okay, dann Okay, wir haben jetzt nochmal Frisst das Mal gucken, mal gucken, ob ich das da rüberschämt Oh, fast übersehen Egal, also Gut, wir probieren noch jetzt ein paar Cheats Der Part wird so 25 Minuten lang sein Ich sehe es an meiner Timeline hier Ich habe alles im Blick Ich bin ein Demi-Sei, ich habe alles im Blick Okay Okay Okay, Knock Machen wir mal wieder Bottle Bullet Time Use Mouse Wheel, okay Huge Mario Goomba Attack Ja, wollen wir alles ein Hier, Infinite Time Infinite Lives Hätte ich jetzt früher gebraucht Knockback, okay So, komm mal in die Schnauze Ich weiß, dass man das machen kann Ach du Scheiße Goomba Attack Hallo Hey, das ist ja mal fett hier Alter, das ist ja mal fett hier Das ist ja mal geil, ey Damit habe ich jetzt richtig viel Spaß Das sage ich euch Ja, ja, das Hauptspiel muss trotzdem viel dran gearbeitet werden, aber egal Aber Ja, Mario Wie geht er, bitte Hey, kriege ich einen Pels? Nö Hallo, ich gehe eigentlich gar nicht in die Röhre rein, aber egal Bäm, bäm Das soll nicht gleich alle Blöcke kaputt gehen, weil Mario so dick ist Kriege ich keine Münzen? Och Hallo Wie komme ich denn hier raus? Ähm Hast du hier irgendwas verkackt? Egal Ich würde erst mal sagen, es reicht jetzt Ich würde erst mal sagen, es reicht hier Nein, nicht wieder dort rein Oh, nein Ah, okay Dieses Dingens Das ist einfach so an Maxpenium Oh, 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 oh Was? Ich gehe nur mal an die Mobs Ach, das ist dieses Knockback, ne? Wo bin ich? Wie komme ich jetzt hier raus? Sonne Scheiß Wuhuuu Ey, es ist zwar kein Display mehr, ich habe einfach nur Spaß mit Mario Und außerdem laufe ich irgendwie in 11 FPS Ähm Mario? Bist du noch im Spiel? Hallo? Mario ist wirklich Okay, okay, das Das hängt, das ist kein gutes Zeichen Und dann würde ich erst mal sagen Danke, dass ihr mir zugesehen habt, Leute Bis zum nächsten Part bei Mario Bis dahin, Leute Tschüssi Tschüssi Och not